Willkommen zurück zu einer Folge TTT. Wie immer könnt ihr meine Sicht wegswitchen, indem ihr unten auf die Pfeile klickt, oder ihr bleibt einfach hier und schaut in den skilltesten Spieler ever. Was hast du durch die Scheiße? Ist ja auch nicht runter oder so? Jay, können wir bitte gemeinsam das T anbeten? Ja, okay. Okay, beides Traitor. Oh mein Gott, alles klar, ich wurde hier schon direkt gefickt. Okay, Bram, da wurde jemand weggemacht unter uns. Uns wurde einer getwittelt. Hallo Christian. Äh, hier ist jemand. Jay's Traitor in dem Schachbodenraum, sag ich mal. Ich nehme mal ne andere Waffe, die merklos kommt. In der Kirche, immer noch hinter mir. Der andere Traitor ist auch drin. Komm! Oh Scheiße! Äh, irgendeiner ist in ein Loch gefallen. Bram ist auch da. Bram, Bram, Bram. Ich seh überhaupt nix. Bram ist denus denn sein. Christian ist der andere. Jay und Christian dann. Alter, wieso finde ich die denn nicht? Ich find mich selber nicht. Ist das Schlimme. Ja. Wo sind die denn hin? Oh, wir werden angegriffen. Jay, rette mich. Hilfe. Okay. Neue Maps. Und erstmal herausfinden, wo man überhaupt hin muss. Ja, vor allem, wo ich überhaupt hin muss. Oder sonst was kann. Okay. Christian ist weg. Ja, Jay wurde auch. Zumindest gerade. Ja, ich hab Christian weggemacht. Das meinte ich damit. Ach so. Erstmal. Sanigen Heller verpumpt. Okay. Jay scheint wohl noch hier zu sein. Hier schießt nämlich nur einer. Ja, klar. An der Kirche. Da unten ist er. Unten in der Kirche. Okay. Okay, will er sein. Oh. Hm. Vielleicht nicht die beste Waffe. Herr Braben, lebst du noch? Nee. Oh, nee. Neee. 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 Nee. Neee. Neee. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ja, kauf dir dann PhD. PhD, da kann ich runterspringen und kein Falsches angekommen. Nee, ein Blue Bull heißt es ja, ne? Ich habe kein Geld mehr. Ja, ist natürlich doof, wenn man mit seinem Geld nicht umgeht. Ich bleibe auf jeden Fall hier oben. Ja, ich habe ja noch zwei Minuten Zeit, da hochzulaufen. Also für alle ist es fair. Schön hier. Sonne. Scheint mir auf den Pelz. Komm, legen wir uns mal hin. Ich habe keine Ahnung. Wieso kommst du denn da nicht hoch? Ich habe sogar... Ich weiß nicht den Weg, Mann. Da ist eine fucking Leiter direkt. Wo? Gott, ey. Unfassbar. Unfassbar. Es klappt halt. Unfassbar, ey. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß, ey. Warum du Säb nicht laufen hörst. Ja, so ne Quatsch. Als wenn das jetzt Absicht war. Ja, ich habe jetzt gedacht, damit die Folge nicht so mega bongo wird und ich noch zwei Minuten hier oben weiter rumfrehe, ey. Ja, nach zwei Minuten warten und campen, ey. So kennen wir den, Jay. Seine Papriestress. Wie Dano und Bram schön Karma verloren haben. Oh ja. Gott, ey. Ich habe aber trotzdem nichts verloren. Ey, du hast es gut gemacht. Wie kann das denn sein? Danke, danke. 1 gegen 1 müssen wir sowas schon mal tun. Oh. Okay. Das ist eine Insel, die übrigens fliegt. Ja. Bist du runtergefallen? Ja. Das kann ich mir mal von außen angucken. Gibt es hier oben tatsächlich keinen anderen Weg hier hoch, außer über diese Treppe? Nee, es ist voll der Regen Platt. Hier, Blue Bull, Grapplinghook und so weiter. Ja, okay, für Traitor gibt es natürlich andere Wege hoch. Ja, aber warum sollte ein Inno hochgehen wollen, so im Kampf? Das ist ein sehr guter Punkt. Also eine Tür, die ich gefunden habe, die endet nicht oben in der Monastery, sondern irgendwo ausweist. Peter, du weißt, dass du Traitor bist, schieß mich mal nicht ab. Ich will mich hier noch ein bisschen... Ich will dir auch sagen. Dann schieß mich jetzt mal mich nicht ab, ey. Ich traue dir null. Ey, guck mal, wir haben das durchgefallen. Ja, weil ich dir nicht traue. Ja, okay. Ich will einfach nur mich ein bisschen umgucken. Guck mal, jetzt sind wir hier sogar schon auf Zitrade geworfen. Keine Ahnung. Geben da noch nicht. Mach keinen Quatsch, Peter, bitte. Ist hier alles zu? Guck mal, jetzt hier kommt noch... Aber Bram schafft das nicht, von der Treppe runterzukommen. Das kann ich nicht durch, oder? Okay. Das ist ja langweilig, kann man hier runter... Wow! Bram und Peter! Jay, Jay, ich wollte gerade sagen, Jay ist gerade von der Harpune weggemacht worden. Wo waren die denn da? Oben drauf, oder? Ja. Die sind oben drauf. Ist ja genau der falsche Kuchen gekommen, ey. Peter hat Bram und Sexy Jay gefunden. Oh nein, er belebt die bestimmt wieder. Oh Gott. Das müssen wir verhindern. Der kommt weiter hoch. Oh nein. Geht direkt unten drunter. Tja, Peter. Aber wohl nix. Peter ist tot. Oh, Moment. Muss mal ganz kurz hier weg. So. Peter war Traitor, oder? Ja. Ey, ich wollte den weg... Also... Runterschmeißen. Moment, der belebt noch? Der belebt noch, ja. Ja, ich lebe noch. Ich hab Peter getötet. Bist du dir da ganz sicher? Peter ist nicht tot. Oh nein. Och. Hat der den wiederbeleben lassen? Ich hab den weggemacht. Gott. Okay, Frank. Also... Ja, Moment. Oh, oh! Wir wurden besnipert. Geh mal weg von da am besten. Alter, zweimal wiederbelebt in einer Runde. Das gibt's ja gar nicht hier. Der letzte Runde hat auch wieder nicht geklappt mit dem scheiß Ass. Ja, Ass haben wir aber in weiter nicht benutzt. Äh, ja, ja. Oh, 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 interessant. Alter, auf Schnee rutscht man voll. Aha. Ich will ja immer noch gerne den da vorne benutzen, ne? Ich werd gleich einfach sterben. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Alles klar, Bram? Ich will gar nicht wissen, wo die sind. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Oh, oh. Oh, oh. Und unter dir. Wie komm ich denn hier runter, ohne Damage zu bekommen? Ich komm wieder hoch einfach. Gar nicht, Peter. Einfach sterben. Okay, und auch nicht. Und wahrscheinlich auch zu. Kann ich fangen. Ich mach einfach alles kaputt gerade. Ich weiß echt nicht, wie ich hier runterge... Also. Jetzt hab ich zwar Damage gekriegt, aber... Das ist ein Penis. Was? What the fuck? Ich hab nach außen geguckt, oder was? Guck mal. Siehst du was? Das war klein und groß. Oh. Okay. Jetzt lass mal die anderen suchen. Ich hab leider kein... Kein... Hä? Oh leu. Ich hör die Leiter. Ich sag kurz dann hochschmeißen. Oh. Power! Peter geht da... wieder hochschmeißen. Oh, das hört wirklich so geil an. Oh scheiße. Du bist Peter. Tja, Bram. Oh, wir beide. Ey, ich hab extra hier... extra hier die... die eine... die Granate da hochgeschmissen. Was? Aber ich dachte geil, damit kriegst Christian, weißt du? Aber... Hast Peter gekriegt, ne? Hab ich halb Peter mitgekriegt. Das ist natürlich jetzt... super optimal gelaufen. Das ist ja voll riesig. Am besten wettest du erstmal dein Karma. Kann ich wetten, wenn ich noch lebe? Bist du dir bewusst, oder? Ja doch, indem du stirbst. Einfach runter springen und dann kannst du wetten. Ey, die Wetten dürfen doch schon lange wechseln. Peter. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Was machen wir denn? Ja, gib doch mal ne Runde einkaufen. Bitte den shoppen. Okay. Alles klar. Christian, Peter macht jetzt auch noch irgendeine geile Figur. Komm. Jetzt tanzt! Oh. Okay, du musst auch runter. So, okay. Genug Spaß gehabt jetzt hier, ne? Ja, echt mal. Genug Spaß gehabt. Bin leider ziemlich angeschlagen. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich mit meinem Leben haushalte. Ich weiß leider nicht, wie du bist. Ja, ist doch ganz gut. Das hab ich ja schon gedacht. Und da die Karte ja neu ist, ist halt schwierig, einen zu finden, der sich versteckt. Hoffe ich. Aber wie viel Zeit hast du denn noch, Bram? Okay, das ist alles noch okay. Ah, cool. Oh. Alles gut. Eins, zwei, drei, vier, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ich fand's halt grad nicht noch öde, zwei Minuten lang da rumzustehen. Ja, und dann wurde mein Gutmensch, wurde einfach mal gefickt von Jay. Ja, dann sag mir doch einfach, wo du bist. Dann kann ich das auch nochmal versuchen. Voll... ...leck mich am Arsch, ey. Oh, eine geheime Tür, von der ich nicht weiß, wo sie hingeht. Ja, geh doch mal rein, da bin ich hinter. Ne, das kann nicht. Nicht? Kein Trader. Na, vielleicht bin ich da durchgerutscht, als du vorhin einmal kurz darauf gemacht hast. Nö, hab ich heute das erste Mal aufgemacht. Vielleicht hab Peter die auch gemacht. Na, siehste, du warst da schon mal. Nö, nö. Ah, cool. Jetzt weiß ich auch, wie man da runterkommt. Ah. Hier oben? Ja, ich versteck mich hinter einer Wand. Bin da irgendwie drüber geglitscht. Ich weiß auch gar nicht, ob du hier hinkommst, wo ich bin. Weiß ich auch nicht. Ich kann erstmal nur gucken. Aber das ist echt schön hier, so. Kann ich... Alter Bram, alter Bram. Ich hab halt erst mal eins geguckt. Oh Gott. Das ist richtig viel gelaufen. Das war 50-50. Alles richtig gemacht, ey. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass das auf einmal neben mir steht. Ja, echt nicht. Okay, muss ich sagen. Bram, ey. Minus 12 Punkte. Was ist da los bei dir? Ja, ich weiß auch nicht. Voll blöd. Seit ich die Shotgun nicht mehr benutze, kann ich... Tut mal voll leid, Peter. Ich hab sogar vorher noch die Ansage gemacht. Ich weiß, aber ich wollte killen. Ich dachte, du hättest in die Disco oder so hochgeworfen. Ich hab einfach, weißt du, blutunter laufende Augen gehabt. Peter, du weißt, du hattest ein Radar oder was? Zu geil, ey. Du hattest ein Radar. Ich hatte keins, nee. Wir hatten beide keins. Dann war lucky, dass wir in deinen Turm gegangen sind. Ey, Sophia, ihr habt vier Traitor gekillt, diese Runde. Ja, das stimmt. Das ist schon nicht schlecht. Und vor allem haben zwei Traitor, von denen sie sich wieder auf 100 hochgehauen haben. Das kommt auch noch nicht. Und Bram hat erstmal seinen Kollegen weggemacht. Er hat quasi sechs Traitor gekillt, so... Also mindestens 1,5. Wieso wird hier gesnipert? Ja, eigentlich insgesamt doch nur 4, oder? Ich stehe bei mir im Scoreboard aber ganz oben. Ja, das stimmt. Du stehst eigentlich ganz oben. Du hast so viele Punkte. Nicht schlecht. Auf wen hast du geschossen, Dalu? Dalu ist Traitor, der hat einen Blue Bull. Der ist auf dem Turm, wo ihr mich gekillt habt. Oh, da ist auch eine Mine. Ihr dürft den Turm nicht hochkommen. Ich bin da oben safe. Ich schieße auf Dalu, der ist auf dem Stein. Alter, ey. Wie willst du mich da gesehen haben, ey? Der ist ganz oben auf dem Moistür. Du bist halt da rausgesprungen. Ja, als ob du da hochgeguckt hast. Wer ist denn der Pina, der? Peter! Das ist ein Toter, by the way. Bram. Oder Sepp. Sepp ist es nicht. Ja, Sepp ist es. Dalu ist bei mir! Oh! Wie kann man denn da runterkommen? Er hat getrunken? Ja. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Hast du getrunken? Nein. Ich dachte erst, das wäre hier oben gewesen. War nicht der Fall. Oben im Turm hat einer getrunken. Das ist richtig. Ich bin noch nicht. Das geht tief runter, ey. Löst die Wien doch nicht aus. Nein! Dann, du, leider nicht getötet. Dann komme ich nicht mehr raus. Dann, du, ist ganz oben auf dem großen Turm drauf. Dann, du, ist ganz oben auf dem großen Turm drauf. Spielt das eh keine Rolle. Ne, ne. Wenn du das nicht bist, lebt nur einer. Ansonsten wirst du das leider. Ey, lass das. Oh oh. Oh Gott, ey. Dalu hast es einfach alleine gemacht, ey. Oh, das war eine gute Idee. Warum habe ich denn die Mine nicht ausgelöst, Dalu? Weiß ich nicht. Was hast du da für ein Sheet gehabt? Da stand ich, wo du aufstehst. Ich glaube, man muss das Gesicht also sehen können. Ich hätte sie da hin machen müssen. Da habe ich leider nicht mehr rausgekommen. Das war ein bisschen böse von Dalu. Als Christian hin im Turm hatte ich mir erst überlegt, dass man hier mit dem Blue Bull doch eigentlich hoch springen könnte. Oh shit! Jay, wie bist du da hochgekommen? Du wohl. Aus der Kirche raus ist der gesprungen. Ja, ja, ich dachte okay, vielleicht gibt es doch einen normalen Weg. Ich hatte mir noch ein Radar gekauft, dann wären wir zusammen auf die Jagd gegangen. Ja, hast du gut gejagt. Bis ich in Position war, ich habe zumindest Christian zwei Hits gegeben oder einen. Sepp stand da wieder so schön an dieser an dieser Reling. Boah, das war böse. Ich habe dich gerade angeguckt und habe kurz gedacht so. Du hast auch noch Shit gesagt, nachdem du tot warst oder so. Ich habe mir halt selber gedacht, boah scheiße ey. Hättest du besser wissen müssen. Gott hat mich entdeckt. Gott. Ja, gerade hier auf dieser Kloster-Map. Nein, Bram, tschüss nicht. Christian ist Traitor. Der snipert mich jetzt leicht. Ja, mit der Famers hier auf jeden Fall, Jeff. Ich werde oben geschossen. Christian wurde oben gerade gekillt. Nein, Sepp bin ich. Ich habe gedacht, da wäre ein Kapper vorbeigeflogen. Das war Bram. Das war Bram. Ja, Bram ist der, der auch gerade geschossen hat. Aber ich habe Angst, dass Sepp der andere ist. Ja, ich weiß, aber ich habe Angst gerade vor dir. Warum? Der zwei Traitor gibt. Ja, wow. Ich bin hier bei euch. Es ist Bram auf jeden Fall. Jetzt hat er noch die Falle aktiviert. Dann ist es Sepp auch. Die schießen beide auf mich. Ja, Sepp ist es auch. Nein! Alles Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist, Jay. Aber das kennst du schon von mir. Ich auch nicht. Ja. Bin ich jetzt unter dir hergesprungen oder so eine Scheiße? Wo ist der denn? Alter, verdammt! Da standst du gerade neben mir, Alter. Und ich hatte keine Waffe in der Hand. Alter! Puh. So, erstmal atmen. Okay. So, erstmal wachen. Wo ist das denn hier? Tja, wahrscheinlich wird er gleich wiederbelebt. Nicht so nice. Was? Da können wir machen. Ne? Wo ist denn das jetzt? Das nicht. Das nicht. Oh! Ach, Scheiß drauf. Ich muss eigentlich jetzt das Scheiße wohl einzeln anlegen. Weil ich nicht weiß, was das ist. Ah, da. Da ist es. Geht auf. Okay. Schade. Ne, geil! Moment. Laufst du hin? Laufst du hin? Laufst du hin? Jetzt nicht. Ich muss kurz noch gambeln. Laufst du hin? Laufst du hin? So. Okay. Als allererstes ist das weg. So. Und dann noch. Okay. So. Obala. Nicht sterben. So. Hast mich aber sehr gut erkannt. Ja! Oh! Schade. Was hast du dir gekauft, Bram? Puh. Nix. Außer das Getränk. Ja, was war denn das Getränk? Achso, volles Leben wieder. Warum hast du denn dann deinen Blink von der Klippe geworfen und nicht in die Ecke? Damit du es danach wieder aufheben kannst. Weil der leer war. Achso. Two Rounds remaining, Leute. Ja. Ja, der war leer. Bei uns im Spectator-Menü war er noch voll deswegen. Also wir haben ihn nur die Aufladung komplett gesehen. Ah, okay. Ne. Ne, war er nicht. Da hab ich halt erst gewartet. Ich verstand da halt erst rum und hab erst geguckt, ob der sich auflädt. Bist du wieder? Von Null an. Ne, ne, er darf nicht auf Null. Er darf nicht auf Null fallen. Na, aber als der mich angeschossen hat, hab ich den in Panik leer gemacht. Du warst da einfach komplett weg. Ich wusste halt gar nichts. So schräg über dir war der, als der das meinte mit der Waffe. Ja, ich weiß. Ich wusste ja, dass da die Ballerei war. Ich hab sie dann halt leider nicht gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Hast du echt selbst Leiche entsorgt? Ne, er hat mich nicht mal gefunden. Ich wusste nicht. Peter, mach keinen Clutch bitte. Oh nein, ich werd jetzt wieder sterben. Peter, möchtest du nicht einfach nach oben gehen? Was? Peter, möchtest du nicht einfach nach oben gehen? Was möchtest du denn? Ja, nach unten gehen. Der hat übrigens gerade gekauft. Ja, dann geh doch unten. Ja, kann ich nicht. Dann schießt du mir in den Rücken. Ja, dann mach ihn doch weg. 100%. Glaubst du, dass ich dir dann in den Rücken schieße? Ja, glaube ich. Ich geh 99. Was wettest du denn? Peter, Peter, geh einfach nach oben. Oh, jetzt mach dann ruhig mal 99. Peter, nein. Ich nehm die Crowbar, die haben wir nur auch in die Hand sind. Du bist gerade die ganze nur links, rechts. Crowbar oder nicht? Keine Ahnung. Du könntest ja auch einfach mal was wetten. Du könntest ja auch einfach mal was wetten. Du kannst nicht wetten, wenn du lebst. Okay, pass auf. Du zuerst Crowbar. Ja, ich bin so tot. Peter tönet mich gleich, damit ihr bescheidt. Oh nein, Peter ist es. Okay. Peter, war nicht zu gut. Peter, ich bin schwer enttäuscht von dir. Nein, bei mir ist Jay jetzt auch noch. Ja, alles gut. Ich will doch nur dir weg. Ja, ganz ruhig. Keiner lässt mich aus dem Scheiß-Turm. Geh runter. Dann nehmt der Crowbar in die Hand. Du tust richtig kacke. Okay, dann schießt du mir den Rücken. Nein, Alter. Das wollte Peter auch. Selbst der andere. Bram ist es, der kommt zu euch. Hinter dir. Bram ist es, der kommt zu euch. Bram hat mich auf mich geschossen. Alter, weil du da irgendwie crazy Shit rauskommst. Sorry. Ja, in dem Fenster. Krass, Alter. Nee, aber mit einer Explosion und allem Shit. What the fuck, Alter. Ich hab nicht auf das Fenster geschossen. Mein Gott. Schieß mich halt auch einmal an, damit du traurig bist. Ja, komm, schieß den an. Traurig bist. Boah, 22, du Arsch. Ja, ich bin auf 30. Das wird voll das leichtes Spiel. Ich bin auf 30. Schieß mich halt auch einmal an. Boah, 22, du Arsch. Ja, ich dachte, wir machen mich vielleicht nicht komplett tot. Da vorne sitzt Sepp. Ah, der schießt auch. Okay, mach ich nicht. Scheiße. Hab ich doch falsch geraten. Komm ich dir nie wieder weg. Ja, Sepp ist inno. Dano ist hinter dir. Ja, das kann ich jetzt auch gerne machen. Aber Dano ist es nicht. Also, eventuell ist es noch Jay oder Chris. Scheiße, bist du es doch. Aber der hätte sich nicht anziehen. Der hätte jetzt Sack geknallt. Ja, ich. Also, ich habe auf jeden Fall Peders Leiche in Sock. Wiederbeleben kann man ihn nicht. Mann, Bram ist das nicht. Das ist Christian jetzt. Fuck. Ja, Jay ist das auch nicht. Weil der hätte sich niemals gesagt, schieß mich auch an, wenn der Sack da gewesen wäre. Scheiße. Also, Sepp, sorry. Christian, ist es. Ich hab dir auch nur 99 Prozent. Jaja, 100 Prozent, Junge. Alter, du bist die ganze Linz links links gelaufen, Alter. Wie sieht das so wieder krass aus. Du hast dich unbeobachtet gefühlt. Schieß mich halt auch an. Was? 22? Ja, Alter, 22 war auch echt wenig. Ja, aber du hast mich auch auf 30 runtergeschossen. Ja, auf 30. Das hätte ich ja nicht von dir gedacht, Peter. Oh Gott, ein guter Jay. Du bist so... Ey, ich werde mich nie wieder mit dir anlegen. Das ist einfach scheiße. Du hättest die Crowe in die Hand nehmen können und ich wäre einfach gegangen. Ja, ohne Spaß, ey. Nein, man muss sich mit ihm anlegen, ja? Man muss sich gegen die... Ich wollte nur gehen. Ja, ich wollte einfach nur... Ich hab so hart auf meine Tastatur gehauen, das war nicht gut. Aber du kannst auch spielen, oder, Peter? Ja, ja. Geil. Was ist das denn? Ja, mal gucken, wie viel Jay jetzt wettet, die Runde. 5000. 5000 Prozent. Minus 3, der beste 32, da ist doch alles drin. Hier ist vor mir... Bram, hast du das gesehen? Wenn ihr euch so oft wiederbelebt... Das Kreuz ist direkt runter, ja, umgefallen. Piss ja. Alles schon mal, Jay. What the fuck? Das wollte mich ja schlagen. Da ist leider ne Piff, Piff in der Hand, ey. Ich bin hier reingelaufen, dann ist das hier voll auf mich drauf was gefallen. Ja, bist du Schöner. Was sagst du denn dazu, Dalu? Ich hab damit ne... Bram, hör auf, ey. Du hast da also nix zu tun, ja. Hör doch mal auf, wir sind da jetzt. Bram, oh Gott. Schon wieder die selbe Scheiß-Situation, ey. Wir sind da zu uns. Ich will doch gar im Park Club weg. Bram, wir machen das jetzt. Wir sind weg, friends. Ja, aber eben, als der da rumgebrüllt hat... Ich hefte ihn auch draus. Ich brauche Support. So, ja das stimmt, ich war draus. Ja, ich bin ein Support. Du bist ein Mörder. Da warst du in diesem Holzhaus, ne? Da ist ein anderer. Da renne ich hin. Hallo, Sam. Oh nein, Dalu, du bist mega komisch. Nee, er ist... Bram, vertrau euch. Bram, vertrau euch. Der war neben mir, als der Kreuz kaputt gegangen ist. Aua! Weg! Ich bin damit abgeschossen worden. Du bist abgeschossen worden. Ich hab nur 22 Schaden bekommen. Ram und Dalu kann da nicht gewesen sein. Das muss von oben gewesen sein, oder? Weiß ich nicht. Dalu geht gerade nach oben. Ja, ich hau ab. Naja... Abhauen, schmapphauen, sag ich immer. Abhauen, schmapphauen. Was ist das denn hier für ein geiler Sniperpoint? Sniper mal von Dalu, dann knall ich dich ab. Ich seh dich nämlich. Und ich seh Dalu. Nein, das ist Pillar, ey. Hier Dalu, da. Geh weg. Du musst mich jetzt verfolgen. Du hast ein Plasma auf mich geworfen. Ja. Weil er ist auf dich. Ich hab dich ansatzweise getroffen, ja. Das war aber von dir, Winf. Ich glaub, ich hab einen Schwerter gekillt. Ah, du hast aber Glück gehabt, dass ich verfehlt hab, Peter. Hast du Dalu gekillt? Du hast nichts gesagt. Ich hab mit der Diegel genau neben mich geschossen. Nein, nicht Dalu. Irgendeiner stand oben drauf. Es könnte Jay gewesen sein. Du hast einfach einen gekillt, weil du dachtest, der ist Trey. Nee, der hat auf mich geschossen, deswegen hab ich den gekillt. Hallö, warum sagst du denn nichts? Ja, hier oben liegt einer. Das war Jonathan, der war Trey. Oh, oh, Christian könnte Treyter sein. Nein, ich hätte Peter gerade erschossen. Sepp! Ja, ich hab Dalu gemacht. Warum machst du Dalu? Einfach vegan ist das. Du hast gesagt, Dalu ist es! Und du bist denn die ganze Zeit zu... Wow. Wow. Ja, wow. Von wegen am Arsch. Da oben. Peter, Peter! Hä? Du bist es doch. Du wolltest den doch gerade wiederbeleben. Ich... Ich wollte den gerade runterschmeißen. Oh, 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 oh. Ich hab's den wertvoller runtergeworfen. Du hast den Plasma da runtergeworfen. Ich dachte, du wolltest den jetzt wieder weg. Ja, weil der Trimler gleich hier hochkommt, um den wiederzusehen. Oh, ich hab den doch gekillt, ey. Sepp ist es. Ja. Ne, ich wirf den doch nicht da runter. Och. Ist jetzt weg. Komm, Sepp. Christian, gibst du noch? Okay. Ich hab ein Problem. Herr Peter, geht ab. Ja. Alles gut bei dir? Nee. Warum nicht? Hast du Christian getötet? Ich hab Christian nicht getötet. Wo soll der denn sein? Christian wirklich nicht getötet? Nein. Wirklich nicht, bitte sag... Ah, nein! Was ist das denn? Die Tannenbäume bleiben hängen! What the fuck? Oh Gott! Oh Gott! Das hat sie mich getötet! Dicke Verstopfung, ey! Oh gut, da hab ich die Shotgun daraus geholt hab, ey! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Weil du auf der Leiter in CS immer noch nicht schießen darfst. Oh Gott! Ja, ich hing an der Leiter. Ah! Hab ich Christian getötet? Ne, oder? Weil die... Da war Feuer unten. Ach, das war mein ammer Terrasen! Loll! Der hat an mir vorbeigeschossen! Loll! Hab ich damit wenigstens endlich eingekillt! Yeah! Ja, wie geil! Ich hab jetzt natürlich auch nicht geguckt, wie die Punkte da aussehen! Ab nächstem Folge benutze ich wieder Shotguns, ey! Ich hab's aber nicht! Ich weiß auf jeden Fall, dass Bram nicht gewonnen hat mit seinen Minuspunkten! Wer gewonnen hat, ist nicht wichtig! Ja, entweder hat Zanu gewonnen oder ich hab gewonnen! Auf jeden Fall war es eine geile Folge! Ja, weil die kann jeder sich Opfer sein! Was liegt denn schon auf Punkte? Vielen Dank fürs Zusehen! Geilen Jaumdarm! Sepp, Schnauze, ciao! Tschüss!